Hier seht ihr die Erfindung eines US-Unternehmens, das sich mit Militärfahrzeugen und gepanzerten Fahrzeugen befasst. Dieser Geländewagen wurde für Fans des extremen Geländes geschaffen, er überzeugt aber auch mit beeindruckender Geschwindigkeit. Die Ingenieure sind zuversichtlich, dass dies die schnellste zweispurige Technik auf dem Markt ist. Schließlich ist das Herz des Geländewagens der Duramax V8-Motor mit 800 FPS, der für eine Beschleunigung auf 97 km pro Stunde sorgt. Das Gewicht beträgt ca. 4,5 Tonnen, das Fahrzeug ist für vier Personen ausgelegt. Und mit einer Bodenfreiheit von ca. 51 cm und vielseitigen Allwetterketten meistert der Fahrer nahezu jede Strecke und bei jedem Wetter. Die Kosten belaufen sich auf etwa eine halbe Million US-Dollar. Dieses 6 Meter lange Auto ist die Idee des Mercedes-Benz Teams und des US-Designers Virgil Abloh, der schon einmal mit Louis Vuitton zusammengearbeitet hat. Interessanterweise ist das Auto mit dieser beeindruckenden Länge nur für zwei Personen ausgelegt. Es handelt sich um ein Offroad-Elektro-Coupé. Eine neben dem Fahrer befindliche Axt sticht als eines der interessanten Merkmale hervor. Die Motorhaube ist transparent, darunter befinden sich Lichtpaneele. Der äußere Überrollkäfig kann als Kofferraum genutzt werden. Jedes Element wurde von Grund auf neu entworfen. Obwohl das endgültige Projekt Maybach heißt, ist in seinen Umrissen auch die Ästhetik von Rolls-Royce und mehreren anderen Marken zu erkennen. Dieser SUV von Brabus kostet rund 800.000 US-Dollar. Kein Wunder, wenn man seine Eigenschaften genauer betrachtet. Das Fahrzeug beeindruckt mit einem Motor auf Basis des AMG V8. Die Bestleistung liegt bei 900 PS. Dank dessen dauert die Beschleunigung von 0 auf 100 km pro Stunde nur 3,4 Sekunden. Darüber hinaus wurde das Chassis für dieses Projekt maßgeschneidert, was zu einer Bodenfreiheit von 53 cm führte. Natürlich hat der SUV einen Allradantrieb. Das Getriebe ist eine 9-Gang-Automatik. Für eine komfortablere Fahrt über unwegsames Gelände wurde der Boden mit Kevlar und Aluminium-Einsätzen verstärkt. Im Inneren gibt es Sitze mit 4-Punkt-Gurten. Brabus plant etwa 5 solcher Autos pro Jahr herzustellen. Ihre Gesamtzahl soll nur 15 Stück betragen. Würdet ihr so etwas kaufen? Nun geht es nach Rumänien. Die dortigen Handwerker sagen, ihre Idee sei ein Mix aus Badmobil und dem ursprünglichen Hammer. Und das Ziel des Projektes war, ein universelles Auto zu bauen, das unter den schwierigsten Bedingungen fahren konnte. Daher ist es möglich, das Fahrzeug an die Bedürfnisse von Ärzten, Feuerwehrleuten und Rettungskräften anzupassen. Die Abmessungen sind 5,2 x 2,7 x 4 Meter. Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab. Auf der Website ist von 3,2 Tonnen die Rede. Der Kunde kann zwischen einem Dieselmotor bis 304 PS und einem Benzinmotor bis zu 500 PS wählen. Es gibt auch weitere Upgrade-Optionen, zum Beispiel Raupen statt Hinterräder. Die Entwickler sind sich sicher, dass es für einen erfahrenen Fahrer praktisch keine Einschränkungen auf der Route gibt. Autohersteller hören nicht mehr auf Kunden und produzieren ihre Autos nur noch auf Anraten von Vermarktern. Ganz anders ist dagegen der Rallyfighter. An seiner Entwicklung hat ein Team aus Enthusiasten aus aller Welt mitgewirkt, noch dazu nach dem Open-Source-Prinzip. Jeder konnte also seine eigene Idee einfließen lassen. Infolgedessen brachte das von Local Motors organisierte Projekt mehr als 5000 Menschen zusammen, darunter professionelle Ingenieure und Designer. Es sind mindestens 30 produzierte Autos bekannt. Die Montage erfolgte in den USA. Das Design verwendete sowohl fertige Elemente anderer Autos, zum Beispiel General Motors V8-Motoren mit 6,2 Litern, als auch Originalteile, zum Beispiel unabhängige Vorderradaufhängung. Der SUV beschleunigt in nur 5 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km pro Stunde. Leider wurde die Firma Anfang 2002 geländewagen mit dem Namen Atlas verfügt über viele beeindruckende Merkmale, zum Beispiel einer Nutzlastkapazität von 1,5 Tonnen und einem kleineren Wenderadius als ein Personenwagen. Dies wird möglich durch die Drehung beider Radpaare. Bei Bedarf passt sich der Geländewagen an unterschiedliche Aufgaben an. Zum Beispiel passt die Trage problemlos in die Kabine. Das Fahrzeug kann bis zu 12 Personen transportieren. Die Geschwindigkeit beträgt 60 km pro Stunde an Land und 7 km pro Stunde auf dem Wasser. Und jeder, der Auto fahren kann, wird in der Lage sein, diesen Geländewagen zu fahren. Das i-Tüpfelchen ist ein beeindruckendes Wartungsintervall von 200 Stunden. Laut einem Nutzer auf YouTube scheint das Modell dafür geschaffen zu sein, Darth Vader zum Fischen zu transportieren. Das hier ist eine spannende Erfindung des Aerial Teams. Sie sind bekannt für Bausätze für ultraleichte Sportwagen. Der Nomad Tactical Buggy wiegt 762 kg und beschleunigt dank des Honda-Motors in etwa 3,4 Sekunden von 0 auf 100. Für den Komfort sorgen Einzelsitze, die in fünf Positionen verstellbar sind, sowie eine abnehmbare Windschutzscheibe mit Scheibenwischern. Der Buggy ist etwa 3,2 Meter lang. Das Modell wird seit langem produziert und hat einst die Aufmerksamkeit des Classic Car Studios auf sich gezogen. Die aktualisierte Version erfreute sich nicht nur einer Reihe von Verbesserungen, einschließlich hydraulischer JRI-Stoßdämpfer, sondern auch einen niedrigeren Preises. So kostet er rund 22.000 US-Dollar weniger. Der aktuelle Preis der regulären Version liegt bei 92.000 US-Dollar. Die Geschichte dieses Geländewagens ist sehr interessant. Er wird mit Fürst Albert, dem zweiten, von Monaco in Verbindung gebracht. Er besuchte einmal die Antarktis und sagte nach seiner Rückkehr, dass er zum Bau eines komplett elektrischen Geländewagens für solche Expeditionen beitragen werde. Die Firma Venturi Automobiles stellte sich diese Herausforderung. Sportfans kennen die Firma aus der Formel E-Serie. Derzeit sind mehrere Versionen des ATV bekannt, von denen eine in der Lage ist, bei Temperaturen von bis zu minus 50 Grad Celsius zu arbeiten, auf 25 Kilometer pro Stunde zu beschleunigen und etwa 45 Kilometer weit ohne Aufladen zu fahren. Im Inneren gibt es Platz für bis zu sechs Personen. Fast alle Ersatzteile werden schnell und einfach gewechselt. Und für Leichtigkeit und Stärke der Struktur wurde ein Stahlrohrrahmen gewählt. Hier kommt ein Meisterwerk der Ingenieurskunst aus Australien. Ein SUV, der nicht nur mit seinem Design, sondern auch mit dem Allradantrieb von Flüssigkeitsmotoren hervorsteht. Der Gedanke dahinter ist ziemlich raffiniert. Vier Flüssigkeitsmotoren sind mit einer Pumpe verbunden, die eine spezielle Mischung durch sie pumpt, die zu 95 Prozent aus Wasser besteht. Und die Pumpe arbeitet mithilfe eines Motors aus einem BMW 1200 GS Motorrad. Laut den Ingenieuren erreicht der Wirkungsgrad von Flüssigkeitsmotoren 98 Prozent. Davon wiegt jeder etwas mehr als 11 Kilogramm. Es wurde eine Schubvektor-Regelung implementiert, das heißt die Motoren wirken auch als Bremse. Darüber hinaus ermöglicht eine spezielle Balancer-Aufhängung ein sehr ruhiges Fahren, wodurch Stöße und Vibrationen vermieden werden. Das Team hatte vor, eine kleine Charge von Autos zu produzieren und stellte fest, dass dies eine sehr vielversprechende Technologie ist. Die Preise beginnen bei etwa 354.000 US-Dollar. Daher bleibt die Erfindung für viele nur ein Traum. Wir leben in einer Zeit, in der fast alles möglich und bezahlbar ist. Doch fliegende Autos waren bisher lediglich Zukunftsmusik, sagt dieses Team aus Großbritannien. Ihre Erfindung verwandelt sich in nur drei Minuten von einem Auto in ein Flugzeug und die Geschwindigkeiten in beiden Modi sind ziemlich beeindruckend. Die Erfindung beschleunigt auf der Straße auf bis zu 140 Kilometer pro Stunde und in der Luft auf bis zu 81 Kilometer pro Stunde. Das Flying Car wiegt 234 Kilogramm und besteht aus Kohlefaser und verschiedenen Verbundwerkstoffen. Der Roadtron Motor leistet bis zu 100 PS. Die maximale Flugzeit beträgt zweieinhalb Stunden. Man kann bis zu einer Höhe von etwa 4,6 Kilometern aufsteigen. Zusätzlich wird dem Kunden ein Kurs in einer Flugschule angeboten. Dieser dauert nur ein paar Wochen. Wo die Straßen enden, beginnt die Weite für solche Geräte. Dies ist ein Schnee- und Sumpffahrzeug, das sogar mit einer Last von 350 Kilogramm schwimmen kann. Die Technik wird in St. Petersburg entwickelt. Spannend sind vor allem der Rahmen und die Kraftübertragung auf die Antriebswellen. Der Motor leistet 18,5 PS. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 1 bis 1,5 Liter pro Stunde. Zusätzlich ist ein Generator zum Anschluss diverser Geräte mit einer Leistung von bis zu 200 Watt vorgesehen. Die Tragfähigkeit des Schnee- und Sumpffahrzeugs beträgt 500 Kilogramm. Die Bereifung erfolgt auf Kundenwunsch schlauchlos. Hier seht ihr eines der vier Autos der Apokalypse. Dieses hier heißt Hellfire. Diese Fahrzeuge werden in einem Tuning-Studio in den USA gebaut. Neben Hellfire gibt es auch Doomsday, Sinister 6 und Warlord. Als Basis für Hellfire nutzten die Handwerker den Jeep Gladiator, der maßgefertigte Kotflügel, Motorhaube, dritte Achse und weiteren Schnickschnack erhalten hat. Für solche Projekte wird in der Regel einer von drei Motoren gewählt. Der stärkste dabei ist der 750 PS starke Hellcat. Ebenfalls erhältlich sind ein 12,1 Zoll Bildschirm, LED-Hintergrundbeleuchtung, Lederausstattung und elektrische Fußstützen. Die Kosten beginnen bei 155.000 US-Dollar. Diese Art von Tuning scheint gefragt zu sein, denn allein von Hellfire gibt es bereits 80 Stück. Eines der Autos nahm sogar an der Show Jay Leno's Garage teil. Spezialisten aus Kanada haben einen gepanzerten SUV für Strafverfolgungsbehörden entwickelt. Er basiert auf dem Toyota Land Cruiser 96 und erhielt einen 4,6 Liter Turbodieselmotor mit 151 PS. Die Panzerung kann Schüssen aus Gewehren von 7,62 x 51 mm NATO-Stand halten. Der Motorraum und die wichtigsten Komponenten erhielten zusätzlichen Verbundschutz. Drinnen gibt es sechs Sitze sowie eine Klimaanlage. Die Länge des Autos beträgt etwa 5 Meter, der Radstand 2,7 Meter. Die Kanadier sind zuversichtlich, dass das Fahrzeug in städtischen Umgebungen gute Leistungen erbringen wird, zum Beispiel bei der Auflösung von Demonstrationen. Dafür stehen Sirenen, eine Beschallungsanlage, ein abnehmbarer Fenstergitterschutz und Kameras mit einem Blickwinkel von 360 Grad zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.